Jo Leute, hier ist der Gusua am Start. Ich habe mir jetzt wirklich diese Version gegönnt. Ich habe die 36 Euro für die Lifetime-Version rausgehauen. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, habe denen gesagt, wie sieht es denn aus? Da gab es zwei Versionen, man konnte einmal für ein Jahr oder sowas, konnte man machen. Und dann dachte ich, naja, schön, dann sitze ich im nächsten Jahr wieder da und zahle wieder irgendwie 18 Euro. Kein Bock drauf. Die angefragt und die haben sich gleich... Frankfurt? Yeah, läuft auf jeden Fall, Julian. Richtig nice, auf jeden Fall hast du es schon mal ins Video geschafft. Also ich meine, und wenn du aus Frankfurt kommst, läuft es schon mal hart bei dir. Aber was hast du gemacht mit Level 124 und der Queen hier? Na, obwohl ich meine, ich vergesse das mal, wie lange ich schon so weit oben leveltechnisch bin. Also da denke ich immer, oh naja, da müsste ja mehr gehen, aber das passt eigentlich ganz gut. Ansonsten sind wir... Ja, wie gesagt, habe ich mir das jetzt gegönnt, weil ich bin dann wirklich auch irgendwo der Meinung, ab einer gewissen Größe oder andersrum, jetzt zum Beispiel mit dem Stream. Ich habe im letzten Stream Geld verdient. Brauche ich nicht mich verstecken? War zwar noch im zweistelligen Bereich, aber kurz vorm dreistelligen. Sagen wir es mal so. So, ja, damit habe ich halt Geld verdient. So, warum fucking nochmal soll ich nicht sagen, gut, okay, komm, scheiß drauf, dieses Programm kostet jetzt 36 Euro. Ja, draufgekackt, dann macht man das halt. Ich meine, wenn das halt wirklich ein bisschen mehr Sinn bringt und dann da halt dieses scheiß Wasserzeichen weg ist, naja, komm, dann gibt man sich das halt mal. Muss man halt irgendwo sehen, dass es irgendwie eine Investition in die Zukunft ist. So sehe ich das. Und es macht halt wirklich mehr Bock halt als mit BlueStacks. Also BlueStacks, wie gesagt, geht. Das ist nicht das Thema. Ich will mit BlueStacks nicht schlecht reden. Aber, ja, also mit dem iPad ist es halt schon einfacher. Muss ich ganz einfach sagen. Und deswegen ist das dann schon irgendwo so. Und alleine, wenn man wegen so einer Sache halt irgendwie an einem Tag halt, ja, kein Video bringt, weil man halt nicht so ganz Bock drauf hatte und aber mit dem iPad hätte ich Bock drauf gehabt. Hört sich komisch an, ist aber so. Dann weiß ich nicht. Dann ist das halt natürlich Fail, klar. Und wenn man dann halt so einfach jetzt mal ein Video macht, warum nicht, oder? Joa. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir hier noch schön sehen. Boah, 4,6. Ah, schade, hat eine Eagle-Artillerie. Und ich komme so schnell nicht in den Bereich vom Dunklen rein. Das ist natürlich der blöde Kack. Sorry für die Wortwahl. Sorry für die Wortwahl. Ja, das ist mischt hier. Und ich habe natürlich viel zu viele Frees. Definitiv. Aber 2,7. Ey, kommt, kommt, kommt. Ich meine 2,7. Und es müsste fast alles im dunklen Lager sein. Da könnten wir doch mal kurz hier ganz hier wieder Multitabbing. I love it, Alter. I love it. Es ist einfach total geiler Shit. Wirklich, tut mir leid für diese Wortwahl. Ich bin da heute so ein bisschen gehypt. Und dann, äh, ja. Kennt ihr ja selber, ihr habt irgendwas Neues, dann geht der Hype natürlich rum, oder? Also ist ja nun mal so, ja? Ihr Hype ist real. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir hier noch machen können. Hier King noch davor gesetzt hier. Der hier nochmal schön escalated. Und dann passt das hier. So, weil wir wollen ja da in den Bereich rein, wo wir das dunkle... Oh, ja. Läuft. Ich glaube mal, das läuft ganz gut bei mir hier. So, der King, den könnten wir bald zünden. Müssen wir aber noch nicht gleich machen. Würde ich sagen. Man könnte auch die Heiler... Aber ganz ehrlich, die Heiler werden wieder von der Luftabwehr gekillt. Habe ich auch keinen Bock drauf. Von daher ist das eigentlich alles so gut, wie es jetzt momentan läuft hier. Hier noch nehmen wir die Ability. Und da freezen wir mal kurz. Auch wenn es nur eine Tesla ist. Ich will aber gar keinen Stress haben. Also gar keinen Stress. Ganz gechillt. Und außerdem, ich habe ja die Zauber. Dann kann ich sie auch verwenden. Die kümmern sich hier noch schön ums Townhall. Jo, läuft bei mir. Achso, stopp. Ja, war jetzt... Hätte ich noch früher freezen können, dann wäre mir die Queen länger erhalten geblieben. Aber ansonsten passt das, denke ich mal, auch. Wir hauen hier den Heil-Button rein. Und... Ach, wisst ihr was? Leute, was soll's, Alter? Ich bin am Wochenende eh nicht da. Das heißt also, ich kann am Wochenende eh nichts machen. Weil ich da zum Kumpel fahre. Somit muss ich einfach noch mal ein bisschen was aufnehmen. Und dann läuft das hier ziemlich gechillt. So, gucken wir mal. Wir haben noch zwei Heiler. Muss ich mal kurz gucken. Aha. Ah ja, klar. Weil ich die nicht verwendet habe, logisch. Dann nehmen wir die wieder so. Einfach aus Faulheit. Und jetzt haben wir natürlich viel zu viele... Ähm... Viel zu viele Frost-Zauber dabei. Gucken wir mal. Jetzt geht's. Drei, zwei ist okay. Ich hätte es gerne lieber andersrum. Also drei Wut und zwei Frost. Aber gut, kann man mitleben. So. Jetzt haben wir... Die Möglichkeit, hier nochmal einmal so egal zu sagen. Und... Ach komm, hier. Lava-Hun. Bam, Junge. Kriegste. Und ein Speed willst du haben. Nochmal zehn. Egal. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir nämlich mal hier gespannt. Wie war das? 43 sind, glaube ich, maximal machbar, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19... ich bin der meinung 43 war das maximum oder dann müsste nämlich noch ein bisschen was gehen ich überlege jetzt also da könnt ihr auch Einfach mal ein bisschen mitspielen wie ihr wie ich das machen soll also Ich könnte mir vorstellen die halt alle die außerhalb der linie hier die hier sind und die innen drinnen nicht also Macht es sinn bei meinem Muss ich mal gucken Müssen wir doch mal Nicht wirklich und dem würde ich es auch absolut nicht 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 krumm nehmen weil ja bringt halt nicht wirklich viel Es ist halt wirklich so THX cool PS Im klären Hashtag Mädel For The win So Weil ich habe sie im Ich weiß nicht ob es im stream war ich glaube nicht im stream sondern in cr im letzten video habe ich Gegen blauer stern gekämpft und das war sie und ich habe sie als er bezeichnet Tut mir leid hier noch mal die offizielle entschuldigung von mir So jetzt können wir gleich wieder schön loslegen aber ich liebe es schöne queen walk Ja Ihr wisst selber ich bin nicht so ganz normal aber ganz ehrlich so 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 ganz normal kannst du auch als youtuber nicht sein also wirklich als youtuber musst du irgendwo schon so ein bisschen in einer waffel haben Weil sonst sagst du dir halt auch wer setzt sich vor den rechner Und Ja ich sag mal dass du vielleicht mit kumpels spielst oder sowas ist eine sache Aber halt du holst die mikrofon du holst dir was für sich hier drei monitore Kost ja alles geld logischerweise Aber auch auch so also dass du halt dich hinsetzt Die hört ja zu diesem zeitpunkt keiner zu also wenn du jetzt streamen oder in der stream auch nicht doch stream wäre der direkte zusammenhang aber Ich glaube ihr wisst was ich meine also viele gamer sitzen halt zu hause haben halt ts am start und Und ähm sind halt am am talken mit mit anderen buddies Das ist ja bei mir nicht der fall ich talk ja zu The whole world Mittlerweile Ja also wie gesagt Oh 6,8 Alter Verwalter Bitte lass es Knallen Was geht denn bei dir kaputt Junge Richtig nice Da will ich Alter stehe ich mal hart drauf Junge Also Da geht ja mal richtig steil Jetzt müssen wir mal gucken dass wir ein bisschen hier Nicht nicht Zu viel eskalieren und wirklich alles schön Gechillt halten hier So jetzt schauen wir mal Also ich würde den bohrer oben gerne nochmal mit killen logischerweise Das lager wird nichts aber die bohrer alleine reichen schon mal da bin ich dann schon mal zufrieden Wenn ich halt die bohrer irgendwie noch kriege Ich will noch ein paar support troops hier reinbringen Die halt noch so ein bisschen eventuell sogar noch die luftabwehr killen Das wäre ziemlich nice Ja okay da fangen schon die inferno türmchen an So jetzt kommt der king Komm Ability Sagt man ja hier oben Und äh hier zack Und freeze der sitzt richtig schön hart Junge Der sitzt der sitzt der sitzt Ich habe auch noch ein freeze das passt ganz gut Jo Das kann ich auch nochmal tun Gerne another time again Jetzt muss ich halt gucken dass ich hier eventuell ein bisschen Geschwindigkeit rein kriege Hier nochmal freezen dass die queen gleich gefreezt ist Und Du willst rein warum willst du rein Mäuschen Okay Okay jetzt gucken wir mal Ja da will ich nämlich Das wäre nämlich ziemlich geil Ach komm Leute Oh ja ernst Ja genau Wenigstens das hier noch Und dann könnte ich Ich habe ja noch die Loons am Start Ganz ehrlich Ja aber die Loons bringt es natürlich auch jetzt nicht so hart oder Hätte ich noch draußen so ein bisschen mehr catchen müssen Das gebe ich ja offen und ehrlich zu Wartet mal We are trying a little thing A little thing Und zwar Das Und Und Ja Yeah Alter hat's den gesamten Bohrer zerfetzt Hat's ihn zerfetzt Und er war nicht mehr gesehen Denn er musste nach unten gehen Bäm Richtig cool Das hat sich doch definitiv gelohnt Das hat sich doch gelohnt Das waren irgendwie Äh Ja war der voll komplett 1800 Doch könnte sein Das ist doch nice Und da sagt man sich dann halt wieder Yeah Hat sich auf jeden Fall gelohnt Und ich liebe das Wenn ich merke boah geil Das hat sich gelohnt Das ist richtig richtig cool Und damit möchte ich euch verabschieden Und bis zum nächsten Mal Haut mal rein Ich wünsche euch was Ciao Ciao